hey liebe leute und willkommen zur nächsten runde von tft wir versuchen weiter hier unsere den jacks das sieht gut aus unsere berserk kommt und ich wird versuchen die kommt noch so ein bisschen zu verbessern ich will mich mal versuchen was passiert wenn war mystik mit rein machen das weiß ich gar nicht 5 oder das würde aber bedeuten wir müssten die wüste rausnehmen weil ich glaube nicht dass wir es zu level 9 schaffen oder wir müssten weniger wie wollen bedeutet aber das war dann nicht drei sterne dudes oder so bekommen also alles hat so ein bisschen gute und schlechte seiten die ist ocean ocean kiana dafür ist man die herein das ding können wir uns aufheben ist mal weniger wie rollen 15 mal was das schön aber unser hauptaugenmerk liegt auf berserker noch wegnehmen das habe ich getan das ist leider eine verschwendung von gold 4 gold das sieht doch schon besser aus hier so machen wir erstmal ihn hier rein so 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 baurig ist eher so optional eigentlich würde ich hier lieber unsere 3er truppe wieder rein machen ihn ihn und ihn das sei denn wir finden jetzt noch ein berserker eine verschwendung von elementen ne das sieht nicht so gut aus aber wir machen so das machen wir nicht dann hoffen wir mal dass die hier so ein bisschen durchhalten wir heben die uns trotzdem noch auf naja das ist ein bisschen zu krass und er hat schon licht und alles den besiegt man erstmal nicht hier haben wir den und dann haben wir schon mal den was wir machen so verkaufen bringt noch nix ich will mein geld nicht verschwenden aber wir lassen es wollen hat trotzdem nicht zu viel leben verlieren ach du scheiße und schon wieder diana mit dem blut denkst aber renekton steht gut aber kann nicht ulten weil er vorher totes ja das wird nichts vorteil ist willkommen im roulette ein bisschen eher dran 3 und 4 gold das heißt die können weg den heben wir uns mal auf den brauchen wir noch nicht verkaufen so so also ein gürtel wäre gut dann hätte wenigstens einer von uns schon mal wir können ihn ruhig das erstmal geben ich hoffe nur dass er ein bisschen länger durch hält ach da guck mal unsere schönen jäger sind wieder da was oh lol das ist einfach nur op man mir sagen was du willst ey sooo ein gürtel ist ziemlich viel zeug für uns mit bei aber den gürtel können wir in dem fall nicht verkaufen Liebe wäre natürlich auch cool gewesen auch ein gutes item ok ok das ist erstmal so lala er ist erstmal besser der rest ist erstmal so lala mal gucken ob aber nicht dass das hier irgendwas wird wir kommen aus der letzte gehen jetzt nicht gewinnen müsste ich mir doch sorgen machen ich dass er noch mal vorher knapp gut okay ich muss mir sorgen machen dann können wir doch wieder tauschen wenn er nicht level 2 wäre würde ich ihn reingeben aber ich will den berserk buff behalten wir kriegen echt am anfang immer ganz schön auf den sack vielleicht sollte ich doch am anfang noch mal ein bisschen rollen das war links in alle level 2 haben nicht immer bis 50 warten wenn er hier ulten kann dann ja ja ei 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 nicht moralos weil man da noch mal ulten kann aber sie ultet auch gleich leider das wird nichts aber wir haben losing speak kann man ja auch mit was arbeiten müsste eigentlich gehen eine runde chillen wir noch sonst war eh über 50 und dann rollen wir hier durch wichtig ist dass wir wenigsten jacks und renektoren hochkriegen weil das noch so die geringsten von den sind brauchen wir theoretisch nicht unbedingt war den ohren noch mit rein zu machen wäre natürlich richtig ich gehe gehe gehen halte mal ja dauert leider ein bisschen länger aber schon wieder so ein müll sie wir nehmen wir auf jeden fall genau die ich gar nicht brauche ok diesmal wirklich genug auf dem sack bekommen jetzt müssen wir mir ein bisschen schade wegen den renekton und doch mach es mal so der kommt noch nach rechts ich hätte gern renekton noch level zwei gehabt jetzt müssen wir uns erstmal damit abfinden hier ok wir rollen weiter wohl halt eigentlich so gar nicht in unsere kompasst aber erst mal sie wir raus endlich etwas spaß wir könnten ihn auch hier nikon aber eigentlich wir brauchen ihn gar nicht er ist eigentlich überhaupt nicht in der kommt drin die kriegen wir nicht tot aber wie gesagt wir haben immer noch unsere losing streak aber wir haben auch kaum noch leben so olaf die wir haben verkauft nehmen wir olaf das wird glaube ich nicht so cool hier enden leider wer sagt sich der blitz ich hätte anders kommen müssen ich mache das mal jetzt scheiß drauf weil ich ihn auch kaufen ja dann versuchen wir noch ein bisschen weiter zu sparen das fällt hier hinten brauche ich erstmal nicht hier immer schön bei der frontline bleiben hier haben wir noch keinen red buff leider alles ein bisschen macht eigentlich super viel schaden um sich rum ne als carrie da ein bisschen ok jetzt haben wir unsere losing streak verloren ja der kann raus weg damit weg damit kommt er auch nicht ich hätte die mystikerin mal holen sollen wir nehmen mal sie mit ich will mal probieren wir haben eh noch nicht unseren doch wächter blitz ja uns fehlt noch der wüsten bonus hier also der run läuft leider gar nicht so gut einfach mal schafft zu holen noch eine chance ok es gibt kein zurück wir warten mal noch eventuell muss ich leveln danach mal gucken müssten die eigentlich schaffen allein er hier müsste es locker packen also wir könnten dann erstmal wenigstens alle berserker rein machen aber dann würden wir ihnen mit den level 3 verlieren nee das geht nicht so ich bräuchte jetzt mal ein paar red buffs sieht leider nicht so cool aus ich muss schon mal sinken ein mhm 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 die erst mal noch mal raus und mal noch mal rein jetzt müssen wir mal leveln aber wäre noch jemand mehr reinhauen aber wir haben die wunde auch gewonnen okay ok dann lassen wir es erst mal so wenn er hier 20 mal ultet im kampf dann haben wir eigentlich auch gute karten er ist super tanky wenn er natürlich keinen angreift kann er nicht ulten aber es läuft ok ich hab gern jenner gekauft aber ich hab keinen platz die sind mir alle wichtiger so er ist nicht so schlimm wichtig ist in der nächsten dass wir ein giant bell brauchen wir unbedingt wir hätten jetzt noch mal zwei red box für uns und draufhauen so mundo steht bereit zum reinhauen und renekton haben wir eigentlich auch ok na hallo ich bin der letzte platz so lustig ey ok giant bell please ne ist nicht aber wir haben je je wäre nämlich der zweite mystiker ok je haben wir nicht mehr dann haben wir noch ein set ne haben wir auch nicht mehr tja dann machen wir das hier bei denen allen noch ein bisschen magie riese geben hier was heißt allen also ein ist das schlecht giant bell warum kommst du nicht warum nicht was er hier länger durch hält jetzt ist er an der reihe ok so ich überlegen wir jetzt ein bisschen level wir haben super viele units die ziemlich krass sind in der bank und mit einem level es kommt unser richtiger power spike ja ich glaube ich level jetzt erst mal bringt nix dürfen jetzt hier auch nicht mehr verlieren ich fast noch weg gehauen die olle so dann würde ich nämlich orn rausnehmen und dann machen wir unsere berserker voll wenn ich jetzt level ich glaube eine runde chill ich noch da können wir auch zwei runden chillen nochmal eine creep round eigentlich will ich den winning streak nicht verlieren eine runde noch komm schon wenn ich sogar so raka rein mache habe ich licht bonus und die ist ja auch mystisch und dann brauchen wir nur noch eine mystikerin eigentlich nami wäre der perfekte gibt allen noch ein buff für ihre auto attacks ja nein nicht poison konnte zum glück noch holten aber ich glaube das verlieren war aber ist nicht so schlimm eine runde können wir dann noch chillen also es ist schlimm weil wir unseren street hier schon wieder verloren haben nächste runde kommt unser eigentlicher powerspike muss man leider orn nochmal rausnehmen und orn eigentlich auch so gar nicht so bad in der comp aber ist auch nur wegen dem blitz und profitieren eigentlich nur die beiden davon wir haben halt noch ein wächter mit ihm das hat die frage ob wüste besser oder schlechter wäre quasi eine sie wir noch die wird eh nur angesprungen und getötet so jetzt bitte giant spells irgendwie bitte ja da haben wir schon mal einen schade tot durch stahl ich glaube dann nehmen wir aber olaf jetzt kommt er rein und er rein dann können wir ihn noch nehmen so was haben wir denn hier repeat bow und das herz stille macht nix das können wir ihnen noch geben an der gerechtigkeit die können wir olaf geben wenn er da leben pro treffer kriegt dann ist natürlich gg wie die welcher platz bin ich eigentlich dritter ok volley ist gleich vollkommen fein so er ultet auch instant wie chillen wir noch ich hatte den volley eigentlich gern mal spannend damit keine wüste war knapp aber er kennt uns ja auch komplett durch ja lustig eigentlich ja das bringt leider gar nix x bringt was ich muss ohren leider erst mal schon ein volley bärmann ist das ärgerlich ne kann ich nicht machen macht den da oben tot jawohl schade mag man mal mehr aus voli bär oh mein gott bin ich letzter das hier noch mehr schutz umso besser die diese kunst dann kann man jetzt argumentieren auch nur ein von den typen die anlage kann man eigentlich sein ist nicht total anlage ich noch mal aufleveln können wir alle auf der bank ich musste nur ein erwischen damm das kann nicht wahr sein ja die so raka endlich so wird ein schuh draus würde ich sie erst mal rein machen jacks rolle ich jetzt nicht durch die schon viel zu viel gerollt hier ich würde gern noch einen red buff haben ehrlich gesagt aber ich bin mir nicht sicher ob wir das noch kriegen weil jetzt so die aussuchrunden sind mehr oder weniger vorbei aber leider so lange gewartet oh mein gott das kann nicht wahr sein okay was hat der licht kann jemand so licht machen er profitiert dann von text biet ich würde olaf machen bei olaf eigentlich noch so ein lifestyle item wäre natürlich besser aber guck mal was das für stats geblickt licht ist jetzt gar nicht ein bisschen kohle hier magiere sie sogar ok dann chillen wir mal noch aber wer kriegt das ding jetzt hier von mir vielleicht haben wir jacks level 3 gleich irgendwann bald licht schattenwächter tja zwei level noch dann könnten wir mystik auch rein machen oh je ich glaube der ist raus wir sind auf jeden fall schon mal vier da lohnt sich jetzt glaube ich echt nicht mehr durchzurollen ich glaube ich sollte jetzt echt leveln kein fall so da hatten wir die namen ich habe jetzt erstmal noch den wüsten buff mit reingebombt oh shit er hat ja auch so ähnliche typen ok ich bin fast tot ich müsste jetzt aber wirklich erstmal noch ein bisschen chillen also ein jacks wäre echt noch ein dream guck mal was jetzt hier für ein item droppt brauche ich noch irgendwas cooles für den volibear obwohl er ziemlich schnell klein gehauen wurde ja ich glaube der jungstrasiert komplett durch Nice weiß was ich guut also nehmen wir das hier sind denn sonst auch noch cool gewesen aber meh ja mein olaf ist leider schon voll ansonsten hätte ich ihnen das natürlich gegeben also die reihe hier tankiger wird ok schatten mystiker ich müsse mal ihn ja noch nehmen immer raus eventuell level ich noch auf ich muss mal gucken da braucht mich noch mindestens zwei runden gold ich weiß nicht ob ich noch zwei runden durchhalte ein dritter ok ja mein glück er sieht gut aus so eine runde noch können wir ihn rein machen dann haben wir sogar schatten das heißt hier unser sie und macht noch ein bisschen mehr schaden ist echt schade hier mit den jacks aber krieg ich nicht hin glaube ich nicht gucken so eine runde bitte noch leben bitte 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 nicht nur dass ich dann zweiter bin sondern dann habe ich noch mal eine creep round kann auch noch mal aus ein bisschen verschnaufen oh gott bitte hat auch ein olaf der hat den superschnell tot ey scheiße ah nein olaf wo grenzt du denn rein oh shit ey fuck man eine runde fuck aber gut aber war trotzdem eine nette runde wir haben den falschen champion bekommen level 3 so früh der hat sogar noch gewonnen weil er hat eigentlich in unserer com passt er hier überhaupt nicht rein olle nasus da hätten wir lieber jemand anders aber hat uns das mid game hat er uns komplett durchgecarried ja schade aber gut aufgestiegen silber 2 sind wir jetzt geht immer noch weiter nach oben also die com ist theoretisch immer noch gut aber ich versuche die immer noch hier und da ein bisschen zu tweaken weil ich immer noch der meinung bin dass mit dem wüsten bonus ist jetzt nicht so unbedingt der burner und ich hätte lieber keine ahnung mystik damit die magiere sie einfach dass sie ein bisschen tankier werden schaden habe ich eigentlich genug guti dann würde ich aber sagen machen wir hier einen cut ich bedanke mich wieder fürs zugucken ich hoffe euch hat es gefallen wenn ja immer schon den like da lassen und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten folge bis dann bye bye bis dann